Hallo, zwei Erwachsenen und ein Kind für Kino 5, bitte. Wer ist die Kleine denn? Ich bin ab. What you with sex? Hab ich dir doch vorhin gesagt. Man darf nicht. Ja, ich vergiss sie manchmal, ne? Du. Ähm, und zum Trinken? Was willst du trinken? Cola. Nee, nee, Cola gibt's nicht, sonst kannst du mir heute Nacht nicht schlafen. Oh, Mama. Kommt mir gar nicht in die Tasche. Einmal eine Fanta, bitte. Marie, hör auf mit Popcorn zu schmeißen, Mensch. Oh, nix darf ich. Thorsten, sag doch mal du was. Wollt ihr da vorne ruhig sein? Ruhi da hinten. Mama, ich muss pipi. Also Marie, ich hab dich doch noch vor 10 Minuten gefragt. Nee, jetzt gehst du mit dem Papa. Nee, geh mit der Mama.